Die Unfallkasse Hessen präsentiert Ballsport aber sicher. Ein Projekt für einen sicheren Sportunterricht. So einfach und unkompliziert Ballspiele auf den ersten Blick wirken, so vielfältig sind die damit verbundenen Risiken. Wir sichern den Ball. Die Seminarreihe und das begleitende Videoangebot zu Ballsport aber sicher gibt Ihnen Tipps und Anregungen für einen abwechslungsreichen Sportunterricht und hilft, Schulsportunfälle zu vermeiden. Wir als Unfallkasse Hessen bieten mit dem Seminar Ballsport aber sicher ein speziell entwickeltes Schulungskonzept, was sich für Sportlehrkräfte, aber auch für Lehrkräfte, die Sport fachfremd unterrichten, eignet. Es ist ein guter Mix aus Theorie und Praxis, mit dem wir an Ihre Schule kommen. Bei Ballsport aber sicher gilt das Motto, Spielen lernt man am besten durch Spielen. Dabei bietet die Heidelberger Ballschule den konzeptionellen Leitfaden. Die Heidelberger Ballschule greift die verlorengegangene Straßenspielkultur auf. Das heißt, früher haben Kinder öfters in Parks, auf Spielplätzen, in Schulhöfen etc. sich getroffen, haben gespielt. Das war nicht vorgegeben, sondern sie haben mit den Personenanzahl gespielt, die sie hatten, sie haben mit dem Material gespielt, das sie da hatten. Das ist heutzutage verloren gegangen, da es immer weniger Ballsplätze gibt, da auch die Kinder nicht mehr einfach auf der Straße spielen können. Das Besondere an der Heidelberger Ballschule liegt darin, dass sie den Kindern ein möglichst breites Spiel- und Bewegungsreportoir vermitteln möchte. Das heißt, im Gegensatz zu den Trainings in einzelnen Sportarten, wie beispielsweise Fußball, die von Anfang an sehr auf die sportartspezifischen Techniken und Taktiken ausgerichtet sind, spezialisiert die Heidelberger Ballschule eben nicht, sondern sie versucht, übergreifende ballmotorische Fertigkeiten zu vermitteln. Kurz gesagt, sie bietet Allrounder aus und keine Spezialisten. Das Grundanliegen der Heidelberger Ballschule besteht salopp ausgerückt darin, den Kindern die Freude am Ballspielen wiederzugeben. Dazu gehören zwei Sachen. Zum einen möchte die Heidelberger Ballschule den Kindern Anregungen geben, was man mit einem Ball alles anstellen kann. Und zum zweiten möchte die Ballschule den Kindern die Kompetenz vermitteln, das sicher und möglichst unfallfrei durchzuführen. Rund die Hälfte der Unfälle in der Schule passieren im Schulsport. Davon entfallen ungefähr die Hälfte auf den Ballsport. Das Ziel des Seminars Ballsport aber sicher ist es daher, mehr Risikokompetenzen für Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und damit weiter Unfälle im Schulsport zu reduzieren. Ballsport aber sicher. Eine Seminarreihe mit begleitendem Videomaterial der Unfallkasse Hessen. Möchten auch Sie das kostenfreie Seminar Ballsport aber sicher an Ihre Schule holen? Dann füllen Sie einfach das Anmeldeformular auf der Schulportal-Website aus. Den Link zum Schulportal Hessen finden Sie in der Videobeschreibung. Weitere Videos für einen sicheren und abwechslungsreichen Sportunterricht finden Sie auf www.schulportal-hessen.de unter dem Suchwort Ballsport oder auf unserem YouTube-Kanal www.schulportal-website.de 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 www.schulportal-website.de